Domo Reisen, Alpenwellen und Schweiz 5 nehmen Sie wieder mit an die schönsten Elsässer Weihnachtsmärkte. Weigweir, Strasburg und Kolmar. Busfahrt im komfortablen Ferienreisegar. Bei einer 3-Tagesreise sogar mit Vollpension an Bord und mit einer Flussfahrt auf dem Luxusschiff MS Esprit. 3-Tagesreise, 6. bis 8. Dezember, grosse X-Mas-Party auf dem Fluss mit Georgiug und Band. Oder romantisches Hotelschiff mit einem feinen Abendessen und das Big Party mit Kuhli, Christian Duss und René Bisan. 3-Tagesreise vom 8. bis 10. und 11. bis 13. Dezember. 2-Tagesreise vom 10. bis 11. Dezember. Zauberhafte Weihnachtsmärkte, stimmungsvolle Städte und wunderbare Tage im Zeichen für Musik. Informieren könnt ihr euch und am besten schon jetzt anmelden, weil die Platzzahl ist beschränkt bei Domo Reisen. 044 828 60 40 oder info at domo-reisen.ch Domo Reisen, Alpenwellen und Schweiz 5 freuen sich auf euch und eine schöne Adventszeit.